Alle Rümern, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Stories Untold. Wir sind in der Station-Prozess-Prozess. Und ja. Ja. Ja, ja, ja. So, Mikrofon noch einmal kurz ein bisschen gerichtet. Und dann dürfte das gleich alles... Gut funktionieren. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwie fünf Jahre brauchen, um dieses Level zu schaffen, irgendwie. Ach Mensch. Ach Mensch. Ja, meine Nase ist schon wieder zu. Und dass ich das nicht wegklicken kann, Alter. Das ist so doof. So doof. Ach, Mann. Station 3, hast du mir gehört? Gib mir ein Sign, Mann. Das Storm ist ziemlich wild. Oh, nice. Ja. Endlich. Was hast du gemacht? Ist der Mikrofon noch in Station 3? Ja. Ich habe das als Ja. Ja. Du kannst nicht antworten. Du solltest dich hören. Du kannst dich sehen. Du kannst die Aktivität registrieren, sodass deine Worte definitiv wird durch. Oh, okay. Wir können später reden. Ja. Das ist ziemlich ernst. Ich habe eine Strecke von Central. Es gibt eine Situation, wo wir aufsignal-monitoring und Systeme riechen. Was ist das, was wir tun? 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 Okay Ich bin so ein bisschen verwirrt hier Muss ich ja sagen, ne? Okay, warte mal, steht hier irgendwas von Broadcast? Broadcast Was ist denn die Inhaltsangabe? Oder die des... Wie heißt denn das Ding? Äh, da! Morse code... Nee... Äh, ich stelle einfach mal auf 1900 irgendwas Ach so, ja, ist sogar richtig, ja, 1930 FM Abacus, okay... Sechs... Okay, ich bin zu weit Ah, ich mach das mal wieder aus... Äh, Line 1 ist... Sys.exe... Sys.exe-d-e Okay Minus d-e, ja... All... All... Locate... Doppelpunkt... 202 minus A Output log minus false, okay Okay So richtig? Ja, das dürfte so richtig sein Ja, okay, geil Sehr gut Okay, mein Licht hier hat nur grün und das Signal stoppt So, ich denke, du hast es richtig gemacht Der nächste kommt in 30 Sekunden, wahrscheinlich Okay Don't leave them hanging too long I don't know what they're for I know we have to make them top worry Or I'll get shit Of course, don't worry, we'll keep on top of it Okay, there it is Creepy sounding things, aren't they? Okay USB 3500 26 14 0 1 2 2 2 2 4 4 5 4 5 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 6 5 5 7 8 10 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 16 17 16 16 19 19 19 19 19 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 Äh? 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 Second, fifth... Broadcast Code. Sechste, fünfte und... Ne, zweite, fünfte und sechste? Ist das die sechste oder die achte? 2, 5, 6. Nein! Und Broadcast Code? War es nicht der Broadcast? Nein! Oh! Eh? Oh, Moment. Ah! Okay, gut. Sehr geil. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Okay, hier. Oh! Oh, Moment. Oh. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Alter, wieso muss denn da 11.000 sein? Nein, komm schon. Nein, zu weit. 11.320. Das ist ein Morse-Code, ja. Cool. Nochmal neu, bitte. 0.9. Oh, Gott. 0. 9. 7. 6. 5. 0. 0. 0. 0. 0. 7. 6. 0. 0. 6. 0. 0. 0. 0. 0. 0 9 7 7 3 9 0 9 7 7 3 0 3 0 Oh Okay Kansas Erstmal ausschalten Oh Oh Gott oh Gott ey Ich hab mir leider nichts zu schreiben gehabt Sonst hätte ich irgendwas zu mir aufgeschrieben Aber Irgendwie Kansas Kansas war doch ganz weit vorne ne Hier kommt doch gleich Da kommt Canvas Kansas Kansas Da Point.pkg.x Point.pkg.ex Okay Point.pkg 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 Point muss groß geschrieben Point.e Ex In Klammern 9 weil das die höchste Zahl ist X ist ja die höchste Ja hier X Largest Number from Original Broadcast Smallest Number Das ist ja dann eigentlich die Null ne Point.pkg Ex Null Okay Ja I E E Ex Null Und Sal Sal Minus A Minus 46 S Al Minus A Minus Ich weiß nicht ob das 46 ist Ja Ne Dann ist es wahrscheinlich eher 48 Ich kann das nicht genau erkennen Okay nein Nein Al Minus A Minus 40 Ah Ich erkenne das nicht ganz Ich probiere jetzt einfach alles durch Ne Was sieht denn so aus Keine Ahnung Ich probiere jetzt alles Okay Really Okay One we're done Nothing has happened really All good What did you want I'm about to head outside To look at this generator My cabin is completely out Listen I just checked the roster And we were supposed to hear From the supply team Three days ago But I've had nothing No responses either Shit The storm I hope not Three Can you monitor a range for me They use an emergency signal Somewhere between Eight Eight and a half thousand range FM See if you can track it down for me That's our supplies For the next six months If they turn back What do we do We can reschedule I'm more worried That they didn't turn back Otherwise We'd be having a drink by now The boat was called Twenty F God yeah Okay Three Eight Eight and a half thousand Seven FM somewhere See if you can pick up A distress signal or something Okay Spaßig Das wird spaßig Das wird spaßig Das wird spaßig Durch nacht Sausend fünfhundert Und acht Does anyone read This is supply vessel 20F Do you read me? Oh my god That's them This is the distress signal From supply vessel 20F Please respond Is anyone there? Yeah We don't have enough supplies To last whatever this is out We have some on board But it's not enough We try to turn back But storm Or them That mess with our GPS And sent us straight into the office What on earth is he talking about? We're old up here We just got word from central That New York has fallen Everyone's gone there now I thought us being so remote Would give us time maybe But I can see it coming Be ready All of you It's 20F One are you there? Are you hearing this? Lock your door Two Three Do the same What do you mean? Did you hear the report? I just got a call from station B at the coast Something is happening I don't know what But they said we had to lock up And stay in our cabins Then it went dead What are you talking about? Just do it They're here Who are they? Shit One There's another GCS signal coming in Do we Do we process it still? Yeah As long as the GCS number is going up We're helping a lot of people It was three last time It's six this time What does it mean? That's good That's good Just process the signals That's it in Okay Bravo Echo Mike Zulu Sierra Hotel Bravo Echo Mike Zulu Sierra Hotel Bravo Echo Echo Mike Zulu Sierra Hotel Bravo Echo Echo Mike Zulu Zulu Sierra Hotel Bravo Echo 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 Mike Zulu Sierra Hotel Bravo Echo Z Bravo S Mike Z Zulu M Z Sierra Hotel Hotel Z S H Echo Be M Z S H Zulu Sierra Hotel Bravo Echo M Z S H B Mike Z S H Z Z Z Z Z Das ist erst so was anderes, nee, oder? Man erkennt das hier so scheiße. Ach, warte mal, das vielleicht nochmal Zahlen umwandeln? Es gibt 26 Buchstaben, ne? 26, das ist 5, das ist 2. Äh, ich google das eben, Moment, Alphabet. Haha. Alphabet, damit ich mir das besser ablesen kann, sag ich mal. Bilder. Oh, rüberziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ist 8. 13 und 8. 8, äh, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 14, 18, 19, 19, 18, 20, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 22, 24, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 29, 30, 29, 30. Hä? Okay, ja, die habe ich ja jetzt alle im Kopf. Das ist jetzt nicht mal das Problem, das weiß ich ja alles jetzt im Kopf, so. Da habe ich jetzt alles so im Kopf. Boah, ich kann das noch niemals darauf lesen, was da steht. So, Mike. Mike. Da sagt er doch was anderes. Nee. Mike. Zulu. Zulu sieht aber auch nicht aus wie Z, ne? Irgendwie doch, doch schon. Mike, Zulu, Sierra? Äh, gibt's was anderes als Zulu oder Sierra? Zulu. Nee, Sierra vielleicht? Delta, Sierra. Julia, Juliet. Yes, yes, Sierra. Nee. Hotel. Hotel. Ja, ist richtig. Klar. Bravo. Und Echo. Ah. Ah. Zintraure, okay. Wie ich auf die Lösung gekommen bin? Ich gar nicht. Ich hab mir dazu jetzt kurz ein Video angeguckt. Denn hier an den Seiten stehen halt Buchstaben oder was auch immer. Da steht irgendwas hier im Weißen noch. Und ich kann das einfach nicht lesen. Ich erkenne das einfach gar nicht. Ich erkenne da gar nichts. Ich bin froh, dass ich die Buchstaben eben erkannt hab, so. Ah, ich soll erkenne das echt nichts. Tut mir leid. Das ist ein übel dumm. So, auf jeden Fall können wir jetzt weitermachen. Hotel. Hotel. Status minus R. M. Status minus R. Okay. Command. Punkt SDR minus Z. Command. Punkt SDR minus Z. 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 Okay, es war weh. Ach, Mann. War es super leid, dass ich dann so eine Kleinigkeit danach gucken muss. Punkt SDR minus Z. Kabel? One, I can see something above three's cabin. One of the power lines down. Aber es hab halt eben wirklich gar nichts erkannt. One, are you there? Fuck. What the hell is that? I can't see you from here, One. What's going on? It's above me. Shit. Es ist vor mir. Es ist auf Station 3-2. Sie sind hier. Was ist hier? Jesus, was ist da draußen? Es ist gut. Es ist gut. Du bist gut. Shit. Hier ist noch ein Signal. GCS7 equals E1 V5 M1 One, was ist das? Es fließt. Oh nie ey. 1 8 9 0 4 5 1 8 9 0 4 5 Ok. Sacrifice. 1 9 0 10 10 5 Guys, are any of you walking around in that storm? That's crazy. You'll get yourself killed. No one is outside. You're seeing things for. X ist Nummer 1, 2 und 3. From the original broadcast present. Ach Scheiße. Ok. Rot.x X X Ok. 3 Nummer Station 3. This is Station 4. Do not go outside. Don't go out there. Stay inside. Lock up. Do not go out there. Ok. Ro... Was? Rotuste? Punkt Y. Rot Toaster. Ja, ich weiß, das wird nicht so ausgesprochen. Also, so kann ich es mir gut merken. Y... 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 Y sind da wahrscheinlich 4, 5, 6, ne? Ja, 4, 5, 6. Die haben wir jetzt gar nicht zugehört. Scheiße. Was hat er gesagt? Point. Punkt. One. Z. Was? Oh, was? Authorization. Word from? Dependent. See? Ähm. Moment. Autorisationswort Was ist das? Appendix C Autorisationwort Start USB Moment, wir sind bei Was waren wir? USB, ne? USB Ah, die hier Process total of broadcast numbers Total Äh 10, 18 27 Größer als 30? Nein Alexander Okay Nein Wie? 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 10, 0, 4, 5 1, 8, 9, 0, 4, 5 1, 8, 9, 0, 4, 5 Oh, da hab ich Die Warte mal Ah, rot Ah Oh, actuate Oh, oopsie Ja Ah Ah, okay, okay Nice Huh Oh, Mann ey Heilige Scheiße 3 3 James The last signal hasn't sent My terminal is going crazy demanding a response I think the wind has misaligned the transmitter or something We need to go out to it Me? Please James I'm sorry but I can't get out I'm trapped You'll still be able to hear me though Go Go No 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 Really No Okay Oh, die Sicht ist ein bisschen sehr krass ey Sehr komisch Was hat uns eigentlich gerade rausgezogen? Das würde ich gerne mal wissen Wo muss ich hin? Muss ich da hoch? Ja, muss ich, okay Digga, warum zitterst du eigentlich nicht? Warum ist die nicht kalt? Komische Menschen in den Spiel Es ist so kalt Alles klar Kann ich lau Ich kann nicht mal sprinten ey Aber zuerst mal, dass wir eine Person so steuern Stimmt Ja, läuft Alter, wo sind wir? Wann sie rein? Nein Nichts kann ich machen, okay We did it, we did it, yeah Noch nicht gar Hans Ein so'n Generator fehlt jetzt noch Der hier steht, okay Irgendwas passiert dir doch gleich, alter Ich kann nicht nur Hey, wo bist du denn, du? Warte mal, muss ich wieder zurück, oder muss ich da? Ich guck nochmal da hinten hin. Ob ich jetzt hier irgendwie was machen muss, oder so? Ne, ne? Scheint mir nicht so. Ne, gut, dann muss ich wieder zurück. Alter, dieses Flüstern hier manchmal... Irgendwie... Creepy. Was denn? Hört ihr dieses Flüstern auch? Oder werde ich verrückt? Das ist es. Er kommt zurück. Das ist es. Er kommt zurück. Jeder ist auf dich. Du musst auf dich. Äh? Diese Maschinen, sie sind deine Lebenslinie. Oh Leute, ich hab aus dem Spiel geklickt. Willkommen zurück. Äh? 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 Äh, ich bin verwirrt. Bitte was? Äh? 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 Was saß da auf meinem... Warte mal. Äh? 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 Äh?